Warte mal, E, Furzgranate. Also ich finde das ist richtig praktisch. Warte mal, vielleicht will unser Vater ja mal unser Freund werden, weil wir genug Kumpels beisammen haben mittlerweile. Maybe you could try calling one of your friends today on your new phone. Just, just a thought. Immer noch nicht, okay. So, wo wollen wir jetzt vor lauter Schreck hin? Großwildjagd, ja. Bringt uns noch nicht viel. So, Elternradprobleme. Du weißt jetzt, wie man einen verstohlenen Quietscher macht, ja. Achso, in die Soulspark Mall sollen wir, achso. Du weißt jetzt. Achso. Du weißt jetzt, was du chose. Du weißt jetzt, was du weißt oder? Du weißt du, du weißt. Du weißt, du weißt. Ich bin ja. Du weißt, du weißt, du weißt, du weißt. Leute, es gibt nichts zu beschäftigen hier. Es gibt nichts von der Ordnung. Wir sind einfach bereit für eine neue Taco Bell. Eine neue Taco Bell wird bald. Sehr große Taco Bell. Es wird in ein paar Wochen geben. Danke. Will diese Taco Bell beherrungen in Choritos? Was? Was ist es ein Full-Menu-Taco-Bell? Oder ist es ein Taco Bell-KFC-Combos? Wir haben hier ein paar Fragen. Just stick zu dem Schrift, das in der Protokolle ist. Aber er will wissen, ob die Taco Bell will in Choritos oder nicht, Sir. Dammit, wir haben keine Kontingen für das. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, Sir. Look, es ist eine simple Frage. Wenn es eine große Taco Bell gibt, wird es in Choritos geben? Ich denke, wir haben eine Recht zu nennen. Mark? Leute, wir wissen, dass ihr alle sehr interessiert seid. Aber für eure Sicherheit, wir bitten, dass ihr klarer auf der Konstruktion-Site bleibt. Mark? Okay. Haben sie einfach mal am Kopfschluss verpasst. Ich denke, dass jemand einen Krab-Wantos isst. Hey! Ich denke, dass jemand einen Krab-Wantos isst. Hey! 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 Hey, get outta there! That's Taco Bell property! Ach Mann! was that somebody here I'll find you I guess Nicki Minaj released a new single I think someone's testing Tupperware I think someone's testing Tupperware is trying to grow it and get out of there that's Taco Bell property somebody here sorry absolutely nobody allowed passed check back in a few weeks Dankeschön. Nichts wissen Sie eine Art und Weise, die Leute zu verabschieden? Hm, muss ich hören, was. Aber ich könnte sagen, dass ich... Was ist das... Ich weiß, dass Nicki Minaj eine neue Single eröffnet. Was ist die Mann, da oben ist ja was. Das klingt wie Ketchup in eine Squeeze-Bottel. Ach, Mensch, ey. Das ist ein Haus. Madonna? Ma'am? Vielleicht können wir das hier runter schießen, wenn der Typ da drin ist. Das klingt wie Ketchup in einer Spiegelbottel. Das klingt wunderschön. Ich muss mich verarschen hier, ich will jetzt heim I'm not gonna fight with you kid, go bug somebody else was I tu? but so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste we've contained all we can but there are no guarantees an outbreak will not occur and does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so, when the alien waste reacts with organic material on earth it turns things into Nazi zombies Die gleiche Node in Ihrem Volk gelitten haben! Wir können den Ausbruch dieser Zeit enthalten, wenn wir schnell genug reagieren. Los geht's! Alles, was wir gerade darüber gesprochen haben, wurde auf dieses Tape gesammelt. Ich werde es hier ein paar Minuten verlassen, dann komme ich später zurück und es verkriegt und lockt, damit niemand zu hören wird, was in diesem Gespräch gesagt wurde. Ja, gute Idee! Was zur Höhe? Es ist frei! Ahhhh! Tja, der Dirigierungsbeamten hat einfach mal instant umgelegt, der Nazi-Zombie. Tja, bei dem... Er träumt ist er aber. Für eure Schule! In stolzerer Gegenheit! In stolzer Freude! Ja genau. Wir folgen in Deutschland! Was die mit ihren Nazis haben? Das ist ja furchtbar. Eine SWAT-Weste! Ja! SWAT Kopfanzug! Oh, was leicht entzündlich ist! Wir wollen da da rein und uns das Ding da schnappen. So aus Aufnahme geht's! Eine Sekreame-Based-Based-ROOM ist doch ziemlich komisch! Du würde denkst, eine Sekreame-Based-Based-Based-Based-Based-Based-Based hat mehr tolle Sachen drin! Ach, die sind schon alle Zombies, ne, ist doch auch nicht schlecht. Die Schöpferat, die Schöpferat, die Schöpferat, die Schöpferat. Wir spielen oder was? Wo soll ich denn das jetzt finden, ey? Können wir überhaupt nichts machen? Weiter. Aufwertung verfügbar. So was macht das erhöht den Schaden gegen alle drei, also den Schaden erhöht das. Bei erfolgreicher Durchführung wird das beschneide Sensors jetzt zweimal bluten. Der Schaden wird ein Wälder, nicht zuerst. Was ist das? Das ist ein Wälder. Das ist ein Wälder. Das ist die Wälder! Gegen den können wir schon mal keine Nahkampfangriffe machen, der hat ja seine... Ja, das ist Mr. Sklaves da auch, episch der Skill. Jetzt greifen die Stadt jetzt Zombies an oder was? So, wir sollen jetzt zu irgendjemandem zurückkehren. Genau, nach da unten. Halt, wir müssen hier rein. Ja, wir müssen hier rein. Ja, wir müssen hier rein. Wir müssen hier rein. Wir müssen hier rein. Wir müssen hier rein.